In diesem Video geht es um die Standardfunktionsbausteine, die in der IEC 61131 genormt sind. Diese Norm spezifiziert fast alles rund um speicherprogrammierbare Steuerungen, unter anderem eben auch, wie diese Steuerungen programmiert werden. Und in diesem Teil zur Programmierung der Steuerungen, das ist das Blatt 3 der Norm, findet man auch die sogenannten Standardfunktionsbausteine. Die kann man in vier Gruppen einteilen, nämlich Flipflops, Trigger oder auch Flankenerkennung, Zähler und Zeitgeber. Und diese Bausteine gehören also zum Standard jeder Entwicklungsumgebung, die sich an der IEC 61131 orientiert, zum Beispiel eben Codesys oder TwinCAD. Und das ist sehr hilfreich, weil sehr viele einfache Problemstellungen mit diesen Funktionsbausteinen gelöst werden können. Schauen wir uns zunächst mal die Flipflops an. Da gibt es zwei. Das erste heißt RS. Das ist also ein Flipflop mit einem sogenannten dominanten Rücksetzeingang. Das Verhalten dieses Bausteins kann man ganz gut an dieser Tabelle hier erklären. Set und Reset1 sind also die beiden Eingänge, die jeweils vom Typ BOOL sind, also nur die Werte True oder False annehmen können, beziehungsweise 1 oder 0. Und der Ausgang Q1 ist auch vom Typ BOOL. So der Wert vom Ausgang hängt jetzt aber nicht nur von der aktuellen Kombination der Eingangssignale ab, sondern auch vom Ausgang Q1 selber. So ein Flipflop hat also einen internen Speicher, der ist nicht besonders groß, sondern nur 1 Bit genau. Und der Wert dieses internen Speichers ist hier in dieser Spalte dargestellt, wobei das X ein Platzhalter-Symbol ist und also entweder für 0 oder 1 steht. So und ganz rechts hier dieses Q1-Sternchen ist dann der neue Wert des Ausgangssignals. Wenn also Set und Reset1 0 sind, das ist der speichernde Zustand, dann wird das Ausgangssignal beibehalten, unabhängig davon, was Q1 vorher war. Also 0 bleibt 0 und 1 bleibt 1. Wenn aber Set 0 und Reset1 gleich 1 ist, ist das der rücksetzende Zustand, unabhängig davon, was vorher am Ausgang angelegen hat, ist das neue Ausgangssignal dann 0. Genau andersherum ist es bei Set gleich 1 und Reset1 gleich 0. Das ist der setzende Zustand, bei dem also das Ausgangssignal immer auf 1 gesetzt wird. Und wenn beide Eingänge auf 1 gesetzt sind, ist das eigentlich der verbotene Zustand. Weil hier aber der Rücksetzeingang dominierend ist, wirkt dieser Zustand wie der rücksetzende Zustand, sodass hier das Ausgangssignal auch 0 ist. Okay, das zweite Flipflop ist dann ein SR-Flipflop mit einem dominanten Setzeingang. Das verhält sich fast genauso wie das RS-Flipflop mit dem Unterschied, dass im verbotenen Zustand der Ausgang immer gesetzt wird. Der einzige Unterschied zwischen SR und RS besteht also nur in dem Fall, wo beide Eingänge auf 1 sind. Diese Flipflops kann man ganz gut als Merker einsetzen, wie zum Beispiel bei einem Taster. Durch das Drücken des Tasters wird eine Aktion erforderlich, zum Beispiel wenn man einen Aufzug ruft. Und diese Anforderung bleibt so lange aktiv, bis die Aktion auch ausgeführt wurde, um in diesem Beispiel zu bleiben eben, bis der Aufzug auch wirklich da ist. Und erst dann wird die Anforderung zurückgesetzt. Hier in der Animation mache ich das Zurücksetzen durch einen weiteren Taster. Das könnte aber auch irgendein anderes Sensor-Signal sein. So etwas mit einem RS zu programmieren ist wirklich simpel. Dazu deklariere ich zunächst einmal drei Bool-Variablen. Mit BPush wird eine Aktion angefordert. BEAC ist die Quittierung und BEACTIV ist das Signal, das anzeigt, dass die Anforderung noch aktiv ist. So und dann brauchen wir noch eine Instanz eines RS-Flipflops und die nenne ich PUSH-MEM. So und im Anweisungsteil wird dann PUSH-MEM ausgeführt. Der Seteingang bekommt das Signal von BPush. Rücksetzen erfolgt mit BEAC. Und der Ausgang wird an BEACTIV übergeben. Das ist die kompakte und auch übliche Schreibweise. Man kann aber auch auf die einzelnen Variablen des Funktionsbausteins über den Punktoperator zugreifen. So, weil das aber eher unüblich ist, verwende ich wieder die kompakte Schreibweise aus Zeile 1. Wenn ich das Programm jetzt ausführe, kann man das Verhalten dann durch das Setzen der Eingänge simulieren. Der Ausgang wird also gesetzt, wenn BPush auf TRUE gesetzt wird. Und er wird zurückgesetzt, wenn danach BEAC auf TRUE gesetzt wird. Für den Fall, dass beide Eingänge gesetzt sind, ist der Ausgang FALSE, weil ich hier ja einen RS-Flipflop verwende. Ein charakteristisches Merkmal von industriellen Steuerungen ist ja, dass die Steuerung auf Ereignisse reagiert. Also zum Beispiel, wenn eine Lichtschranke durchbrochen wird, ein Endlagenschalter schaltet, Tasten gedrückt werden und so weiter. Solche Ereignisse äußern sich typischerweise dadurch, dass der Wert eines BOOLSSCHEN-Signals wechselt. Also entweder von TRUE auf FALSE oder eben andersherum. Um genau diese Momente zu erfassen, gibt es die Funktionsbausteine R-Trick und F-Trick zur Flankenerkennung. R-Trick steht für Rising Trigger, also Erkennung einer steigenden Flanke. Und F bedeutet Falling, also fallende Flanke. Wenn also ein Flankenwechsel stattfindet, ist das Ausgangssignal dieser Bausteine hier für ein Zyklus der SPS auf HIGH. Andernfalls ist das Signal FALSE. Ich demonstriere die Anwendung von R-Trick jetzt an einem einfachen Beispiel, bei dem ich eine BOOL-Variable immer bei steigender Flanke eines zweiten Signals umschalte. Dazu deklariere ich zunächst einmal zwei BOOL-Variablen. BFLIP ist die Variable, die ich gleich umschalte und BCHECK ist das Signal, das ich auf Flankenwechsel überwache. So und Trigger heißt die Instanz des R-Trick-Funktionsbausteins. Im Anweisungsteil rufe ich zunächst Trigger auf und setze BCHECK als Eingangssignal. Und danach habe ich eine bedingte Anweisung, ein sogenanntes IF-Statement. Der Code zwischen dem IF und dem ENDIF hier wird nur ausgeführt, wenn diese Bedingung hier den Wert TRUE hat. Und für diese Bedingung setze ich einfach das Ausgangssignal der Flankenerkennung ein, die nur für genau ein SPS-Zyklus TRUE ist, wenn nämlich bei BCHECK ein Flankenwechsel erfolgt. Wenn das also der Fall ist, toggele ich BFLIP, das heißt aus TRUE wird FALSE oder eben andersherum. Und das Verhalten des Programms sieht man jetzt hier. Bei steigender Flanke von BCHECK wechselt also BFLIP. Übrigens werden Flankenerkennungen nicht nur dazu eingesetzt, externe Signale, also Sensorsignale zu überwachen, sondern ganz häufig werden diese Bausteine auch für die Überwachung der Änderung interner Signale eingesetzt, wie ich das zum Beispiel in einem Video zur Programmierung einer Fallunterscheidung mit CASE OF zeige. Okay, als nächstes erkläre ich die Zählerbausteine. Und da gibt es einen Aufwärtszähler, Abwärtszähler und einen Baustein, der eine Kombination aus beiden ist. Der Aufwärtszähler heißt CTU, also Abkürzung für COUNT UP. Gezählt werden hier wieder Ereignisse, die sich durch eine steigende Flanke an dem Eingang CU äußern. Immer wenn hier an CU eine steigende Flanke anliegt, wird der Wert der Zählervariablen CV um den Wert 1 erhöht. Dieser Zählwert wird auch als Ausgangsvariable aus dem Baustein herausgeführt. Und den Zähler kann man dann über das Signal RESET hier zurücksetzen. Der Zählwert wird also auf 0 zurückgesetzt, solange RESET auf TRUE ist. Und man könnte also den Zähler auch deaktivieren, wenn man dieses Signal immer auf TRUE setzen würde. So, und dann kann man noch einmal einen Schwellwert festlegen, hier über den Eingang PV. PV hat den Datentyp WORD, hat also einen Wertebereich von 0 bis 2 hoch 16 minus 1, also bis 65.535. So ein Schwellwert macht natürlich nur Sinn, wenn die Überschreitung dieses Wertes auch überwacht wird. Und das passiert hier in dem Ausgangssignal Q. Wenn also der Zählwert CV größer oder gleich dem Schwellwert PV ist, dann ist Q gleich TRUE. Der Abwärtszähler CTD, abgekürzt für COUNTDOWN, funktioniert sehr ähnlich wie der Aufwärtszähler. Der wesentliche Unterschied ist, dass PV kein Schwellwert, sondern ein Startwert ist, bei dem der Abwärtszähler also anfangen soll zu zählen. Der Wert, der hier an PV anliegt, übrigens wieder vom Datentyp WORD, wird dann übernommen, wenn das Signal LOAD auf TRUE ist. Hier gilt auch wieder, wenn LOAD die ganze Zeit auf TRUE ist, dann ist die Funktion des Zählers deaktiviert. Dann zählt der also nicht mehr herunter. So, und wenn der Zählwert CV dann auf 0 gezählt wird, dann ist Q gleich TRUE. Und als drittes gibt es noch den Auf- und Abwärtszähler CTUD. Das ist also eine Kombination aus Auf- und Abwärtszähler. Damit kann man zwei unterschiedliche Ereignisse an CU oder CD erfassen, die dazu führen, dass die Zählvariable hoch- bzw. runtergezählt wird. Mit RESET kann man dann den Zählwert wieder auf 0 zurücksetzen und mit LOAD kann man den Start- oder Schwellwert setzen. So, und in QU und QD wird wieder ausgegeben, wenn der Zählwert den Schwellwert erreicht oder überschritten hat, bzw. ob der Zählwert auf 0 gezählt wurde. Die Verwendung von diesem Auf- und Abwärtszähler demonstriere ich nun an einem Beispiel, bei dem der Zutritt zu einer Durchgangsschleuse kontrolliert wird. Diese Schleuse ist im Grunde nur ein Raum, den man durch ein Drehkreuz betreten kann und durch ein zweites Drehkreuz wieder verlassen kann. In diesem Raum dürfen sich maximal drei Personen aufhalten. Wenn also schon drei Personen in der Schleuse sind, wird der Zugang gesperrt, bis mindestens eine Person den Raum verlassen hat. Dafür lege ich zunächst einmal zwei Variablen, beCountIn und beCountOut an, die die Ereignisse erfassen, wenn eine Person die Schleuse betritt bzw. verlässt. BeEnableEntry soll dann das Signal sein, mit dem man das Drehkreuz im Zugang freischaltet. Wenn dieses Signal true ist, kann der Raum betreten werden, andernfalls eben nicht. Und Nmax ist noch die maximale Anzahl zugelassener Personen in der Schleuse. Und dann brauchen wir ja noch eine Instanz von dem Zählerbaustein und das ist hier CNT Entry Control. Im Anweisungsteil rufe ich dann den Zählerbaustein auf und für CU und CD übergebe ich dann die Signale BeCountIn bzw. BeCountOut und PV wird auf Nmax gesetzt. So, das Signal, um das Drehkreuz im Zugang freizuschalten, ist ja BeEnableEntry und dem weise ich dann das invertierte Signal, QU, vom Zähler zu. Wenn also CV den Schwellwert von 3 erreicht hat, wird QU gleich True und dann muss also BeEnable, also der Zugang, auf False geschaltet sein, damit keine weiteren Personen in die Schleuse kommen. Hier simuliere ich jetzt das Verhalten der Schleuse. Zuerst setze ich BeCountIn dreimal auf True, das heißt also drei Leute betreten die Schleuse. Und dann geht BeEnableEntry auf False. Erst wenn ich mindestens einmal BeCountOut auf True setze, wird dann BeEnableEntry auch wieder True. Das heißt eben, dass jetzt nur noch zwei Personen in der Schleuse wären. So, und hier unten sieht man übrigens alle Signale des Zählerbausteins, unter anderem eben auch den aktuellen Zählwert. Und der ist jetzt hier tatsächlich auf 2, das heißt es befinden sich also noch zwei Personen in der Schleuse. So, als letzte Gruppe von Standardbausteinen zeige ich jetzt die Zeitgeber. Hierin gibt es einen Baustein TP, das ist ein Puls oder auch Pulsgeber. Und damit kann man also einen Puls mit einer bestimmten Dauer erzeugen. Die Dauer des Pulses kann man hier über den Eingang PT angeben. Zum Starten des Pulses wird dann das Eingangssignal IN auf True gesetzt. Gleichzeitig wird dann das Pulssignal Q, das ist also ein Ausgangssignal von TP, auch auf True gesetzt. Und dann zählt der Baustein die abgelaufene Zeit und die wird auch hier am Ausgang ET für Elapsed Time ausgegeben. Wenn dann die abgelaufene Zeit die Dauer von PT erreicht, dann geht das Signal Q wieder auf False, unabhängig davon, ob IN immer noch auf True gesetzt ist. Der Wert des Timers wird wieder auf Null gesetzt, wenn auch IN zurückgesetzt wird. So, und während gerade ein Puls ausgegeben wird, kann das Eingangssignal IN ruhig mehrmals wechseln. Das ändert nichts an der Dauer des Pulses. Hier sieht man aber noch, dass der Timer nach Ablauf der Zeit PT sofort zurückgesetzt wird, wenn IN während der Dauer des Pulses eben zurückgesetzt wird. Ein zweiter Zeitgeber ist die Einschaltverzögerung TON, also für Timer ON. Wenn das Eingangssignal IN auf True gesetzt wird, schaltet das Ausgangssignal Q mit einer Verzögerung, die über PT angegeben ist, auch auf True. Und sobald IN false wird, wird auch Q ausgeschaltet und der Timer wird dann zurückgesetzt. Für den Fall, dass IN zuerst eingeschaltet, aber wieder zurückgesetzt wird, bevor der Timer den Wert von PT erreicht, bleibt Q auf False. So, und dann gibt es noch die Ausschaltverzögerung TOF, also Timer OFF. Wenn hierbei das Eingangssignal IN gesetzt wird, geht auch gleichzeitig Q, das Ausgangssignal, auf True. Und erst bei einer fallenden Flanke von IN startet dann der Timer. Wenn dieser dann den Wert von PT erreicht, wird Q wieder ausgeschaltet, also in Bezug auf IN verzögert um die Dauer PT. Wird IN das nächste Mal gesetzt, wird auch Q wieder auf True geschaltet und der Timer wird zurückgesetzt. Wenn dann die Dauer zwischen einer fallenden und der nächsten steigenden Flanke von IN kürzer als PT ist, dann bleibt auch das Ausgangssignal Q die ganze Zeit gesetzt. Ein klassisches Beispiel für die Anwendung einer Ausschaltverzögerung ist eine Rolltreppe. Wenn eine Person die Rolltreppe betritt, dann wird das zum Beispiel über eine Lichtschranke erfasst. Dieses Signal startet dann also einen Timer und das Ausgangssignal wird wiederum genutzt, um den Motor der Rolltreppe anzusteuern. Das Signal der Lichtschranke wird nur sehr kurz auf True sein, aber durch die Ausschaltverzögerung bleibt der Motor so lange an, bis die Person dann hoffentlich oben angekommen ist und nach Ablauf der eingestellten Dauer wird der Motor wieder ausgeschaltet. So, die Umsetzung im Programm sieht dazu so aus. Im Deklarationsteil habe ich hier eine Variable, die das Signal der Lichtschranke repräsentiert, bLight, und dann eine Variable tDuration für die Zeit, die die Rolltreppe laufen soll. Hier für das Beispiel nur drei Sekunden. Und bDriveEnable ist das Signal, das den Motor der Rolltreppe anschaltet. tOut ist dann noch die Instanz der Ausschaltverzögerung. Der Anweisungsteil besteht dann nur aus einer Zeile. So, dann starte ich das Programm. Jetzt durchbreche ich einmal die Lichtschranke und danach wird der Timer gestartet. Solange der Timer also läuft, ist auch das Signal bDriveEnable auf True. Das bedeutet also, der Motor würde laufen. Und nach Ablauf der Dauer bleibt der Motor automatisch wieder stehen. So, jetzt durchbreche ich die Lichtschranke nochmal. Und während der Timer läuft, setze ich das Signal bLight nochmal auf True und wieder zurück. Und dann sieht man, dass der Timer zurückgesetzt und erneut gestartet wird. So, jetzt durchbreche ich die Lichtschranke und erneut gestartet wird.